Seit vielen Jahren erreicht der VdK die Menschen im Internet auch per Video. Um das Schauen auf VdK-TV jetzt noch komfortabler zu gestalten, ging am 1. Januar 2018 unsere neue Homepage an den Start. Wir zeigen Ihnen, was sich geändert hat und wie Sie die neue Homepage nutzen können. Sie erreichen uns nach wie vor über die Adresse www.vdktv.de. Auf der Startseite werden drei aktuelle Videos angezeigt. Das neueste Video im Großformat, die beiden vorherigen Videos in etwas kleinerem Format. Darunter mit der Überschrift VdK-Zeitung finden Sie Videos, auf die in der aktuellen VdK-Zeitungsausgabe hingewiesen wird. Neben der Startseite können Sie das Feld Alle Beiträge anklicken. Dort finden Sie sämtliche Beiträge, die seit 2016 entstanden sind. Wenn Sie sich ältere Beiträge anschauen möchten, so finden Sie diese nach wie vor über unseren Kanal auf YouTube. Auf den kommen Sie übrigens ganz schnell, wenn Sie oben rechts auf das rote YouTube-Symbol klicken. Eine Verlinkung zu Facebook ist auch vorhanden, sowie eine Verlinkung zu unserem Twitter-Account. Daneben finden Sie drei weitere Symbole. Hier können Sie die Schriftgröße anpassen, entweder kleiner oder größer. Und Sie können den Kontrast erhöhen. Doch nun endlich zu den Videos. Auf unserer neuen Homepage sind die Videos in drei Rubriken eingeteilt. Ratgeberrecht, Sozialpolitik und Über uns. In der Rubrik Ratgeberrecht finden Sie Videos, die Sie zu den Themen Alter und Rente, Gesundheit, Pflege, soziale Hilfen, Existenzsicherung, sowie Teilhabe und Behinderung beraten. In der Rubrik Sozialpolitik finden Sie Videos, die die aktuelle Lage und den VdK-Standpunkt in den Bereichen Behindertenpolitik, Gesundheitspolitik, Pflegepolitik, Rentenpolitik und soziale Gerechtigkeit besprechen. In der Rubrik Über uns finden Sie Filme über den VdK und dessen Tätigkeit und Videos, die die ehrenamtliche Tätigkeit im VdK aufzeigen. Apropos Ehrenamt. Sind Sie ehrenamtlich im VdK tätig, können Sie sich wie gewohnt im Ehrenamtsbereich anmelden. Dieser wird aktuell noch ausgebaut und steht Ihnen bald in gewohntem Umfang zur Verfügung. Die Anmeldedaten sind die gleichen geblieben. Falls Sie noch keine haben, bekommen Sie diese von Ihrem zuständigen Landesverband. Die passenden Adressen dazu finden Sie übrigens auf der Startseite unter Landesverbände Mitglied werden. Doch zurück zu den Videos. Die Beiträge aus den vergangenen Jahren sind noch aufgeteilt in Videos mit und Videos ohne Untertitel. Doch seit diesem Jahr gibt es nun endlich eine bequemere Lösung. Bei den Videos, die ab 2018 produziert werden, kann man die Untertitel nun an- und ausschalten. Klicken Sie dazu auf das Feld CC unten rechts im Video. Dort können Sie auswählen, ob Sie deutsche Untertitel oder keine Untertitel haben wollen. Wir hoffen, dass Ihnen die neue Homepage gefällt. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit über unser Kontaktformular erreichen. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schauen.